Smokersnuss TV mal wieder vor Ort im Bunkelsparkkreis und zwar in der Schnitzertasterie. Da habe ich so eine kleine Geschichte, die mir gestern Abend durch den Kopf ging. Der Täter kommt immer an seinen Tatort zurück, sagen die Kriminalisten. Wir sagen, wir kommen dorthin, wo wir gute Taten schon entdeckt haben. Und in dieser Schnitzertasterie haben wir wunderschöne Geschichten beschrieben in unseren Newslettern. Und wenn ich daran denke, dass wir zum Beispiel sechs Mal über Auszeichnungen berichtet haben, da kann man einfach mal nachfragen, was gibt es denn Neues in der Schlitzertasterie? Und da haben wir den besten Gesprächsmann dazu, den Geschäftsführer Tobias Wittelbach. Hallo Herr Wittelbach. Ja, hallo Herr Will. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und herzlich willkommen hier in der Schlitzer Whisky Lounge, in der neuen Schlitzer Whisky Lounge, die wir seit Mitte des Jahres eröffnet haben. Hier ist der Ort, wo wir Kundenfeedbacks einholen, wo wir Whisky-Tastings machen, wo wir aber auch alle unsere anderen Spiritosen gerne verkosten. Und hier holen wir uns das Kundenfeedback ein, das direkte Kundenfeedback. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch wissen, wir bewerten uns internationale, aber auch die nationalen Wettbewerbe. Und Sie hatten es gerade angesprochen, es sind einige Auszeichnungen dieses Jahr ins Haus gekommen. Und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf, dass wir auch von diesen Wettbewerben positiv bewertet wurden und die entsprechenden Medaillen eingefahren haben. Die Auszeichnungen beruhen natürlich auf den tollen Produkten. Wir haben hier eine wunderschöne Ausstattung von Ihnen auf dem Tisch stehen. Und ich würde uns doch jetzt mal vorschlagen, dass Sie uns so sukzessive den ein oder anderen, das ein oder andere Produkt, das Highlight sozusagen präsentieren und vorstellen. Wo fangen wir an? Ja, wir fangen mal bei den Produktbereichen vielleicht an. Wir haben hier ein sehr breites und auch tiefes Sortiment von Obstbränden, milden Obstspirituosen, Whisky, Gin, Frucht- und Kräuterliköre. Aber momentan im Fokus stehen bestimmte Bereiche, muss man ganz klar sagen. Und da ist auf der einen Seite das milde Spirituosen-Sortiment, was unheimlich gut bei den Kunden ankommt. Wir hatten das jetzt in diesem Jahr im Final gemacht mit vier verschiedenen milden Spirituosen. Sowohl milde Haselnuss, milde Zwetschge, milde Himbeere und zum Schluss die milde Williamsbirne, was so ein bisschen oder was eigentlich den kompletten Bedarf für milde Spirituosentrinker abbildet. Und treffen da aktuell hier in der Region sehr gut den Zahn oder den Geschmack des Kunden. Insbesondere die milde Williamsbirne kommt unheimlich gut an. Es sind Produkte, die im Alkoholgehalt etwas reduziert sind. Also keine reinen Brände, die mit 40 Prozent Volumen aufwärts beginnen, sondern 35 Prozent Volumen. Der Geschmack ist aber vollkommen da. Und ja, da trinkt man gerne auch den ein oder anderen in geselliger Runde mehr. Das sind ja Produkte, die man nicht erklären muss. Sie sind ja im Markt bekannt. Ich sage jetzt mal, Whisky-Chin ist ein bisschen anders erklärungsbedürftig. Brände, natürlich hier wieder spezielle Brände bei Ihnen. Also wenn Sie sagen, Sie sind bei uns ein bisschen anders gebrannt, muss das ja auch nach draußen dargestellt werden. Ja, wir stellen ja alles selber hierher bei uns im Betrieb und legen da absoluten Fokus auf die Qualität statt Quantität. Wir sind ein kleiner mittelständischer Hersteller von Spirituosen, sehr handwerklich geprägt. Und ja, und konzentrieren uns tatsächlich darauf, dass der Kunde absolut zufrieden ist. Und das holen wir uns immer ein, das Feedback. Lassen es bewerten, wie auch in den Wettbewerben jetzt, die dieses Jahr angestanden haben. Und über das milde Spirituosen-Segment hinaus haben wir unser Whisky-Sortiment, was in den letzten Jahren stets gewachsen ist. Das haben wir ausgebaut, weil es auch sehr gut ankommt. Hier unterscheiden wir uns von der Herangehensweise, was die Herstellung des Whisky angeht, doch sehr von anderen Whisky-Herstellern. Hat auch den ganz bestimmten Hintergrund, weil wir wollen unseren eigenen Schlitzer-Whisky herstellen. Und da fängt es an, ja, bei der Auswahl der Rohstoffe, die zum Teil sogar nun auch selbst angebaut werden, über unseren Brennermeister, der auch Landwirtschaft selber besitzt und dann auch die ein oder anderen Getreidesorten von Grund auf mit ansäht und dann hier in der Brennerei verarbeitet. Und da ist dann der Brennvorgang ein anderer. Wir destillieren über Kolonne. Und das also nicht über Potsdell, wie man das klassisch kennt. Da sind wir auch ganz besonders stolz darauf, dass wir über Kolonne destillieren, weil es einfach ein anderes Ausgangsdestillat ist und sich dann doch unterscheidet von den marktüblichen Whiskys. Deutscher Whisky hat ja richtig aufgeholt, in vieler Munde sozusagen. Jetzt haben Sie nicht nur ein Whisky. Sie haben ja eine richtige Palette in Sachen Whisky bisher auf dem Markt gebracht. Oder wie schafft man sowas? Das hängt natürlich immer davon ab, wie es beim Kunden ankommt. Und man merkt ja dann, je mehr die Käufe oder die Abverkäufe steigen, desto mehr Interesse steigt auch. Und wir haben angefangen mit den Klassikern. Das sind bei uns die verschiedenen Rohstoffe, die wir einsetzen. Wir haben zum einen klassisch den Single Malt aus reinem Gerstenmalz. Darüber hinaus den Single Grain mit einem sehr großen Anteil an Gerstenmalz, aber auch Rohweizen. Und dann den Single Weed Malt. Das ist ein Whisky aus reinem Weizenmalz. Und von dieser Grundbasis gehen wir aus. Die lagern wir alle in der klassischen Variante in Bourbonfässern. Und darüber hinaus gibt es Speziallagerungen, wo wir einfach auf viele Sachen ausprobieren. Wir sind da absolut experimentierfreudig. Aber sehen natürlich auch immer absolut im Vordergrund, wenn es uns hier nicht schmeckt und es ist auch vielleicht das Experiment mal in die andere Richtung gegangen, dann bringen wir sowas auch nicht auf die Flasche. Dann muss es nochmal umgelagert werden oder ja noch eine weitere Zeit lagern. Und hier vorzugen wir auch bei den Speziallagerungen viele Geschmacksrichtungen abzubilden. Sei es fruchtig, sei es auch mal was Spezielles, was wirklich was würziges oder aber auch was raurig-torfigiges. Und damit fahren wir aktuell sehr, sehr gut. Stolz auf den Whisky, aber auch auf den Gin? Richtig. Beim Gin, also beim Burgen-Gin gab es auch eine wesentliche Umstellung dieses Jahr. Wir haben von dem konventionellen Burgen-Gin umgestellt auf Bio-Gin. War in diesem Bereich absolut sinnvoll und ist auch von der Umsetzung her absolut geglückt. Also der ganze Betrieb ist auch bio-zertifiziert. Wir produzieren sicher nicht alle Produkte in Bio, sondern nur ausgewählte. Aber dieses Sortimentsbereich wird in Zukunft wachsen. Es geht immer auch mehr in die Richtung Nachhaltigkeit. Das fängt an über die Herstellung, Auswahl der Rohstoffe bis hin zum Verpackungsmaterial. Und da sind ja viele Unternehmen bereits in vollem Gange umzustellen auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Und bei uns ist der Gedanke auch schon in Umsetzung. Und wir planen sicher auch in Zukunft dann irgendwann sämtliche Bereiche auch umzustellen. Dauert bei uns vielleicht ein bisschen länger, wie bei größeren Konzernen. Aber der Weg ist das Ziel und den werden wir ganz gerade ausgehen. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Das heißt, es werden auch ihre Genussmenschen, die draußen drauf warten und sich freuen, wenn es neue Produkte gibt. Was gibt es noch an neuen Produkten bei Ihnen? Wir haben im Bereich von den Burgentrinks, also von unserer Marke Burgentrinks, auch ein Koffielikör neu aufgesetzt. Einen sehr speziellen Koffielikör in Zusammenarbeit mit der Kaffeerösterei Reinholz, hier aus Fulda. Der dazu die Bohnen her, eine spezielle Mischung uns bereitstellt. Und den haben wir zusätzlich mit Salted Karamell verfeinert. Und ja, insbesondere für Damen ist das natürlich sehr willkommen. Man kann ihn universell einsetzen, sei es auf Eis oder aber auch als Long Drink oder ja, pur natürlich. Das kommt sehr gut auch bei den Damen an, weil die Damen sind also auch eine Zielgruppe, die wir haben, die wir auch mit verschiedenen Produkten letzten Endes ansprechen wollen. Und ein Bestandteil davon ist sicherlich in diesem Jahr neu dazukommen mit dem Burgen Koffielikör. Ja, der Kaffee gehört dazu. Wunderschön. Jetzt nochmal so ein kleiner Sprung. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was Sie gesagt haben, Whisky-Launch, Zigarren dazu, Perings. Es ist ja bei Ihnen auch ein Thema geworden, alles in kleinen, feinen Kreise. Wie geht so etwas bei Ihnen vonstatten? Ja, bei den Whisky-Tastings hier in der Schlitzer Whisky-Launch setzen wir auf einen kleinen Kreis. Das heißt, das sind vier bis acht Personen können sich hier einbuchen, die dann gemeinsam unter einer Meisterführung unsere Whiskys vorgestellt bekommen. Geht mit einer theoretischen Führung in der Brennerei los und mündet dann in die Verkostung hier in der Whisky-Launch. Hier werden dann auf die verschiedenen Rohstoffe eingegangen, es wird auf die verschiedene Geschmacksrichtungen eingegangen. Aber ganz wichtig dabei ist auch dieses Gesellige. Also man unterhält sich jetzt nicht nur über Whisky dann im Rahmen des Tastings, sondern man kommt untereinander ins Gespräch. Es entsteht dieses gemütliche Beisammensein und gerade dieser Punkt ist in meinen Augen immer wichtiger geworden, gerade durch Corona. Jeder war zu Hause etwas gefesselt und von den sozialen Kontakten abgeschnitten. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit oder bieten die Möglichkeit gesellig miteinander zu kommunizieren, dazu Whiskys zu genießen, ein bisschen fachkundige Informationen zu erhalten. Und das ergänzen wir dann, je nachdem wie die Geschmacksrichtung vom Kunden ist, mit Zigarren. Also wir setzen da sozusagen einen Punkt hinzu, der einfach auch in meinen Augen zum Genussmittel gehört. Ich selber rauche auch gerne Zigarren und trinke dann gerne auch den ein oder anderen Schlitzer Whisky, je nach Gefühlslage dazu. Aber ich trinke natürlich nicht nur unsere eigenen Whiskys, sondern auch andere Whiskys, um zu wissen, was macht denn die Konkurrenz, wo gehen die Geschmäcker hin, damit man einfach auch weiß, wie sich der Markt entwickelt. Also hier in der Lounge heißt das ja, wenn ich das richtig verstehe, Genuss plus Kommunikation. Also einfach auch wieder was aufgefangen, was schon mal unter den Tisch gefallen war, weil man nicht durfte und nicht konnte. Und ich denke, dass das auch die nächsten Monate im Fokus stellt, dass die Leute wieder aufholen wollen, sich austauschen wollen. Nicht nur übers Internet, sondern direkt in Gesprächen in so einer wunderschönen Marche. Ja, wir sind wenige Tage vom Oktober, das letzte Quartal 2021 steht an. Was hat denn der Geschäftsführer Tobias Wiedelberg noch für Wünsche zum Jahresschluss? Ja, also wir werden einen wesentlichen Sodimentsbestandteil noch umswitchen und zwar unsere Edelobstbrände. Die sind seit mehreren, ich glaube über 15, 16 Jahre nicht mehr angefasst worden. Wir haben hier neue Produkte entwickelt, wir haben hier sehr lange Lagerzeiten, haben auch verschiedene Fasslagerungen bei den Obstbränden vollzogen. Und hier bewegen wir uns teilweise bei 20 Jahre alten Destillaten, die dann in einer neuen Ausstattung auf den Markt kommen werden, auch vor dem Weihnachtsgeschäft noch. Das sind in Summe 17 verschiedene Artikel, also ein relativ großer Bereich, den wir anpacken. Der ist aber, weil es die reinen Obstbrände sind, wirklich eine Nische auch, muss man ganz klar sagen. Aber sind wir ganz besonders stolz darauf, dass wir solche alten und diese speziell gelagerten reinen Obstbrände auch anbieten können. Weil da gibt es sicherlich auch genügend Kunden, die Wert darauf legen, solche Premiumprodukte, Raritäten auch genießen zu können. Ja, und dann sind wir schon am Jahresende, denke ich, angekommen. Wenn wir das umgesetzt haben mit den 17 Artikeln, haben wir hier genug zu tun. Und so wie es in der Spirituosenbranche üblich ist, ist das Weihnachtsgeschäft das stärkste Geschäft im ganzen Jahr. Hier werden teilweise doppelte Umsätze gemacht wie in den Sommermonaten. Das heißt, wir sind absolut auf die Erhöhung der Reichweite aus, dass wir in vielen Bereichen keine Fehlartikel fahren und sind dann auch hier im Betrieb, im Team sehr gut aufgestellt. Wir haben hier einen absolut spitzen Team, was auch hier aus der Region kommt, eine sehr große Verbundenheit zum Unternehmen hat. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die ganzen Artikel aus, die wir hier anbieten. Und die Ergebnisse sieht man. Wir sind erfolgreich im Markt und wir kommen bei unseren Kunden gut an. Sie haben hier einen würzig und kraftigen Whisky angeboten. Ja. Ich wünsche Ihnen ein würzig und kraftiges Jahresschlussgeschäft und ansonsten auch alles Gute, viel Erfolg und sage Danke für das Interview und das Gespräch mit Ihnen hier heute in Schlitz. Vielen Dank, Herr Will. Dankeschön. Zum Wohl. 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 Untertitelung des ZDF, 2020